HANN MACHINER! Ich will ab und die Tage mitspielen! Lass! Moin Moin hier bei Bros und Spiele. Ich bin Chris. Ich bin Barbie. Und wir personen heute Flo von Let's Multiplay den Hintern. Aber richtig hart. Weil er hat danach gebeten. Was gebeten? Gebettelt hab ich ja. Genau, Flo hat er gebettelt. Ja. Ich hab nämlich euer Battle Bro gedönst gesehen. Und hab da gesehen, dass ihr einen Counter-Strike spielt und hab gedacht, ey Pfff. So ne Kack, Noobs. Ja, ihr habt noch nie die Scheiße gespielt. Ihr habt noch nie die Scheiße gespielt. Flo verlangt gegen uns ein 2 gegen 1. Das bedeutet? Ja, wir zwei spielen gegen ihn. Weil er noch ein großes Maul hat. Und wir spielen alle Töne mit 99. Er ist da oben hinter den Kisten. Ja, ich weiß. Okay, es geht einfach mal los. Es geht los, genau. Go, go, go. Good luck, have fun. Der Bessere möge gewinnen. Ja, wir. Der Bessere. Nicht das bessere Team. Der Bessere? Deine Schwester. Siehste, da geht schon gut los hier. Zack. Der Nächste. Was geht? Wir haben doch gerade schon gespielt. Und da war er nicht so gut. Ach, jetzt hat er mir ein Aim-Bot an. Ja. So, zeig mir doch keiner. Er ist hier. Ne. Ja, der ist ja. Ey, ich hab eben so gut gespielt. So, keine Ahnung was da los ist. Wie gesagt, das ist der Aumbot. Na komm schon. Nein! Danke fürs. Sehr schön. Nein, es waren zwei Kills vom Killing Spree. Oh ja, zwei Kills. Sie sind schon wieder gekillt. Ja. Ich bemerke eine gewisse Bruder-Rivalität. Ja. Das haben wir damals beim Mittagessen auch mal so gemacht. Der, der die Kuh getötet hat, durfte sie auch essen. Bei Instagram gefrackt habt ihr in Nordkorea aufgewachsen oder was? Ja. Ja. Oh, das war knapp. Shit. Das ist ganz schön fies, ey. So. Boah, ich hab mir da ganz schön was vorgenommen, ey. Ja, das war wirklich, Mann. Shit. Aber du hast nicht mit einberechnet, dass ich regelmäßig in die Säure falle. Oh ja. Deswegen hab ich Deck 16 ausgewählt. Nein. Nein. Der dodged doch einfach nur so, wie so ein behinderter Mensch dodged der einfach nur rum. Achso, wir spielen übrigens Unretirement 99. Hab ich schon gesagt. Ach fuck, jetzt hab ich mich verdrückt. Ich war mir gar nicht sicher, ob ich jetzt überhaupt irgendwelche Fracks machen würde, aber jetzt hab ich zwei miteinander gekillt. Ja. Ja. Also. Auch ein blindes Huhn findet man einen Frack. Oh. Das ist mal ein richtig bitterer Verlierer-Spruch. Nein! 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 Du scheiß Respawn-Killer, ey. Oh, der nächste Respawn. Anders könnt ihr auch nicht gewinnen, ne? Ja, muss einfach deine Waffen aussammeln, ne? Ja. Ja. Das ist witzig, weil wir Instagip spielen. Danke, dass du mir ein Witz erklärst. Ja. Für diejenigen, die zuschauen, die ohne Scheiß dieses uralte Spiel zuschauen und dann nicht wissen, welchen Modus wir gerade spielen. Ja. Wir spielen Spring in die Säure, Fabi. Wir spielen Instagip und das bedeutet, wir spielen alle nur mit einem einzigen Reife. Ja. Und das tötet einen sofort, egal wohin man schießt. Instagip. Also, soviel man trifft. Richtig. Sag das gerne noch häufiger. Das motiviert mich nur umso mehr noch zu treffen. Ja, praktisch, dass ich Chris nicht flöte. Scheiße. Ja stimmt, Frentify hätten wir mal anmachen sollen. Verdammt, hab ich vergessen. Hab ich vergessen, in meine Matchmaking-Rules reinzuschneiden. Nein! Ich wollte umdodgen. Capture the Flow. Capture the Flow, ja. Das wär auch noch ein lustiger, ein lustiger Modus. Och, von hinten, ey. Richtig schön eingekesselt, nice. Ja. Er hätte sich halt einfach mal überlegen sollen, was er da sagt, ey. Ja. Jetzt schon wieder. Verdammt, ey. Das sah so gut aus. Mich freut das zu sehen, dass ich nicht so schlecht bin, ohne Scheiß. Ich dachte echt, dass ich hier voll abkacke und höchstens einen Frag mache. Ne. Ich, ähm, lustige Geschichte. Fabian und ich haben Unreal Tournament Pre-Alpha gespielt. Also das ganz neue. Von 2016, genau. Und ich bin einfach so abgegangen. Echt? Siehst du was? Sieht man jetzt überhaupt nicht mehr. Habt ihr's aufgenommen? Ne, natürlich nicht. Deswegen gibt's hier keine Beweise und Chris kann alles brauchen. Alter, einfach 600 Menschen getötet auf einmal. Mal. So. Kommt jetzt mal. Oh, schon wieder eine Scheißsäure, ey. Oh, geht doch, ey. Mann. Das ist aber auch, ey. Ich hab das so lange nicht mehr gespielt. Ich war früher echt gut in dem Spiel. Ja, das sagen sie alle. Ja, aber warum hast du ihn überhaupt so ganz herausgefordert? Naja. Weil ich einfach auch mal zeigen wollte, dass... Dass selbst bei einem 2 gegen 1 ich noch ganz gute Chancen habe. Wenn ich mich nicht ganz dumm anstelle. Ja, aber wir haben nie UNDETERNMENT gespielt. Hm? Ihr habt nie UNDETERNMENT gespielt? Ich hab ja 2004 mal eine Weile gespielt, aber nicht wirklich gehen. Ja. Ich mein, ich hab auch schon ewig lange nicht mal UNDETERNMENT gespielt, aber... Ne? Ja, weg. Und es steht 15, 15, der Ausgleich meint... Ah, schade. Der Ausgleich für was? Bis wann spielen wir überhaupt? Bis 30! Ja! Oh krass! Ja! Die ist ja echt ausgerufen! Ja. Nein!! Letzm Unter-Hitler. Neiin! Das ist mein Brot! Mist! Gebt nur dein Braut zurück! Ja, ja. Dachten schon. Ja. Mann! Nein, Säure! Danke. Jetzt haben wir keinen Frack bekommen. Hier ist er. Doch, komm wieder zurück. Was ist hier? Dann, wo wir eben waren. Deswegen sag ich, komm wieder zurück. Achso. Jetzt bist du wahrscheinlich schon wieder über die halbe Map und zurück. Ja. Die ist auch nicht zu groß. Ja. Ja. Die Map war früher eines der beliebtesten One-on-One-Maps. Ah, er ist oben. Ich wollte gerade auszweichen. Sieht ja schon mal angestimmt jetzt, Digga. Ich liege mit einem Frack in Führung. Ich sollte mich einfach verstecken. Damit ich nicht getötet werde. Nein, von hinten sticht die Biene. Von hinten sticht die Biene. Sehr schöner Spruch. Dirtbag. 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 Oh, das war ein Reflex. Das war ein guter Frag. Oh, ich hab irgendwo den Spawn gehört. Den Spawn, der aus der Mille. Ach, von hinten, oder? Ja, das hast du doch. Von hinten steht die Biene. Und das Eichhörnchen. Von hinten steht das Eichhörnchen. Nein! Ähm. Jetzt hab ich vergessen, was wir haben. Ach Gott, nein. Oh, unentschieden, noch drei Kills. Ich versteck mich. Kommt, auf. Oh, oh. Also, disconnecte lieber Fabi. Was, ich bin disconnected? Nein, das war ein Scherz. Ach so. Ich dachte schon. Ich hätte gerade Angst. Das ist für mich, sie kommt dann nicht fertig. Okay, er ist wieder Landwort. Oh Gott. Der, 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 der. Mann, ist das behindert, ey. Nein! Yes! Nein! 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 Es wird, es wird und bleibt spannend. Nein! Er ist im langen Gang. Ja, ich weiß was. Ich werde wieder hinterlegen. Was? Noch ein Kill. Fabi, wo bist du? Fabi, wo bist du? Noch ein Kill für Egal wen, oder? Nein, noch ein Kill für mich. Nein! 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 Gott, er, last kill. Let's multikill. Nein! Es landet. Nein! 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 Alter, alter! Nein! 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 Richtig knapp. Verdammt. Aber du hast dich echt gut geschlagen. Hut ab. Respekt vor All. Wir müssen eigentlich so ein free for all machen. Aber ich darf verkünden, Flo hat sein großes Maul gestoppt bekommen. Da hat aber auch richtig viel reingepasst. Ganz schön viele Schwänze. Ja ihr habt echt gut gespielt. Glückwunsch. Viele Schwänze. Ja gut. Dann ist das erstmal was wir Insta gibt. Schade. Wenn Flo nochmal sein großes Maul aufmacht. Dann vermöbeln wir irgendwo anders. Liebe Zuschauer, abonniert Bros und Spiele. Das macht Sinn. Ich gestehe meine Niederlage ein. Ich kann auch nicht dafür, dass die anderen Leute mit Aim-Bots spielen. War auch sehr knapp. Nein, die waren schon besser. So. Sehr schön. Wir spielen jetzt an der Runde free for all. Oder so glaube ich. Und dann sehen wir uns bald. Schaut bei Bros und Spiele vorbei unten in der Beschreibung. Ciao, ciao.